heute wird ein richtig langer live-spiel Jo, was geht, Leute? Marcello lief jetzt auch die Runde, da machen wir zusammen einen Parcours erst mal oder? Ja, was geht, was kriegt ihr selbst, Bullshit? Ich kenne euch gar nicht, weil ihr so nach selbst denkt Wie heißt Marcello auf Youtube? Meinen kleinen Kinder-Fortnite-Spielen Gestern guck ich gar nicht Ja, gar nix, guck mal, gar nix Hahaha Okay, Marcello, wie heißt er auf Youtube? Dani Dani hat einen Klassen Warum? Hat Mike den gelöscht? Äh, ich Warum? Herr Bockmann macht doch weiter TikTok Du verdienst erst ein 700 Abo, äh, 7000 Abonnenten was 10k verdient mal was Oder 14k Hm 14k verdient man echt 10 Euro 100 Level davon, Leute, der Ballast 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 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 6 9 10 10 10 11 12 1 11 12 13 12 16 13 17 18 hallo auf die tanzende graf nein lange auf und holen mir die bogeybomben marcelo die wenn die marcelo marcelo nur ein marcelo ich bin nie wieder mit dir und sagt aus meiner mutter die medie marcelo hat er verloren ein gestorben ist er ja wirklich verloren 0 und warum machen die gestern und hängen dricks mehr feier warum gibt mir die bogeybomben Ey, ich bin an Lava verrickt, man. Wow. Halb, halb. Ja, du Senfbrötchen. Hast du dir leicht ein glücklich Senfbrötchen genommen? Ja. Nee, du Senfbrötchen. Das war pur, der ist da anders. Also ich bin schon weit. Und er schlägt mich einfach mit Holz. Hör bitte auf. Die Senfbrötchen. Ich hab das Gefühl, das hat nur anders gemacht worden. Ich hab auch Schraubfrecht gestreben. Ja, warte Leon. Ah, was ist Leon? Wie zocken. Warum? Ein zocken Fortnite. Ja, was ist? Ey, komm gerne mal live reiten, wenn du willst, ne? Dann siehst du alles, was wir machen. Dann tschau. Ja, tschau. Meine Mutter ist Barbara. Ihr Senfbrötchen. Müsst du Lennens drauf. Warst du schon, da warst du nicht? Du bist vor mir, ne? Du musst ehrlich geben, der Patron ist anders aus. Warum bist du vor mir? Bist du an mir vorbei gerusht? Steiße. Du Senfbrötchen. Du musst du geben, der Patron sieht ganz anders aus. Der ist halt breiter gebaut. Keine Fly und get out. Ich darf ja auch gleich Copyright Tens machen, aber nur für fünf Sekunden. Alter. Hier so toAla. ich fühle das wollte dass es viel dicker ist wo wir ihre lust machen Papa, so schlumm sind wir auch nicht. Mach schon, guck, jetzt kommt uns Daniel. Ich bin ein dritter. Down. Ah, und die Mütze down, we arrive. Digga, du sollst nicht mit den 1, 2, 1 schaffen, du sollst nicht doppelst? Du Senfrööchen! Du hast ja doch was wie mein Monitor. Ich hab Kopfhörer angelegt. Und du hast dich gestummt, ne? Nee, ich hab dich jetzt gestummt. Warum hörst du nicht? Du hast dich gestimmt. Du musst doch sterben. Meinten die den Insel Room. Ja! Guck mal, wie der nervt! Genau! Die nerven alle! Sag, nimm! Das ist dieser hunderte Level davon in Noob-Bars ist. Guck, guck! 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 Aber der hatte einfach die Top ist, Barbara! Was jetzt mal ist schaffe, muss denn? Möse! Sch nervrig muss ich, meine Ruhe auf! du warte ich komme drauf in cello da liegt doch da liegt doch lassen verlassen erläutert die kotzen erst wenn die kurz geht ja also gleich